Was ist denn da? Keine Ahnung. Was wäre jetzt? Hier wird nichts gejagt. Ja, siehste, kann nichts passieren. Du hast ja extra die orangene Fuchs. Die schießen nicht auf dich. Oder gerade deswegen der Fuchs. Genau. Ich sage, er ist der Fuchs. Los! Ja, dann fährst du vor oder du bist eh schneller als ich. Ja, das ist der erste Trail, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, kannst du auch. Ich dachte, du warst schon mal hier. Leck mich am Arsch, Mann. Ah. Leck 12. Ja, das ist gut. Ich dachte, du hast gerufen. Das ist ein Plastisch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020